Willkommen zurück zu No Man's Sky Beyond. Ich habe die Raffinerie eingepackt und jetzt geht es los. Wir suchen einen Bauplatz auf diesem Planeten. Ich möchte am liebsten irgendwas mit Wasser haben. Wir flattern mal so ein bisschen ein bisschen hoch. So. Und nicht ganz so schnell, bitte. So, hier ist Wasser. Die Frage ist jetzt nur... Wo war ich noch nicht? Ich habe echt keine Orientierung. Da komme ich gerade her, oder? Ne, unbekanntes Gebäude. Unbekanntes Gebäude. Wie sieht es denn hier eigentlich so aus? Na, wir gucken mal. Ich werde mal zu dem Gebäude... Ist das schon wieder Nacht? Wie schnell das hier geht. Halt. Und bitte, Landesequenz. Ja, top. Okay. Wo ist jetzt das unbekannte Gebäude? Das war doch hier irgendwo, ne? Da unten. Okay. Ein Wegpunkt. Ja, cool. Hier ist ein Wegpunkt. Kleinere Siedlung entdeckt. Was? Was ist hier los? So, was haben wir da drin? Die Wasserstoffschildi. Nix weiter? Cool. Kohlenstoff. Noch mehr Kohlenstoff. Ähm. Das ist ja unangenehm. Wo ist mein... Flugzeug? Komme ich da hin mit der Reichweite? Sternenknolle. Nicht in Reichweite. Okay. Ich muss noch mal schnell rüber zum Raumschiff. Da hinten ist noch ein beschädigtes Dingens. Ich muss... Das zum Beispiel loswerden. Ich muss... Ja, geil. Okay. Ich muss jetzt schauen. Also, ähm... Ich lauf einmal zu dem beschädigten Dingens darüber. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Ansonsten werde ich hier meine Basis bauen. Hier so am Wasser. Das ist ganz nett. Hier vorne. Was brauchst du? Pugneum. Wo soll ich das denn herkriegen? Was zum Henker ist das? Aha. Schön. Ja. Top. Hier so am Wasser. Das ist doch nett. Hier gibt's Kupfer. 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 Okay, dann schlage ich vor. Kupfer. Da. Oh, Mist. Da war doch gerade was. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Da. Ernsthaft? Wie können die dann einfach wieder verschwinden, die wenn die gerade da waren? Ah, ei, 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 ei. Ist gar nicht so leicht hier mit den Fischen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja gut, ich ähm... Hallo? Das ist echt nicht cool, ne? Die scheinen so klein zu sein. Ja, okay. Gut, dann lassen wir das erstmal. Ich hol mal mein Schiffchen hier rüber. Und dann bauen wir hier eine Basis. Da vorne. Hier, da. Mann! Nervig! Okay, das scheint mir dann etwas schwieriger zu sein. Wieso bist denn du so langsam? Autsch. Nicht gut. So, da muss ich hin. Hier ist Kupfer. Das kann ich noch nicht öffnen. Da muss ich hin. So, Schiffchen. Okay. Wenn ich denn drin sitze, auf der linken Seite. Da. Da so. Mitten rein. Hier so will ich landen. Okay. Das ist gut. So, dann kann ich nämlich hier gerne auch hier oben drauf. Ja, super. Ein paar Sachen bauen. Dann mache ich hier so meine Basin hier ans Wasser. Richtig schön. Und hier oben kommt dann kommt dann weiß ich, die Raffinerie und was ich so bauen muss. Also. Ich muss einen Basiscomputer bauen. Mit Z. Basiscomputer. Den stelle ich jetzt wohin? will ich jetzt in die Richtung bauen? Ja, ne? In die Richtung mache ich meine Base und hier mache ich den Basiscomputer. Den kann ich ja, glaube ich, auch wieder aufnehmen. So. Okay. So, Basiscomputer. Registriere das Land als dein Eigentum. Benutze den Basiscomputer mit E. Sucht nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Sonat-Test bestätigt. Ort ist für Bau geeignet. Ort beanspruchen. Basis beanspruchen. Ja. Oh, hier ist nochmal so ein schönes, großes Feld von Natrium. So. Basiscomputer online. Basiscomputer Archive durchsuchen. Benutze das Terminal mit E. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Eintrag 4925D folgt. Stürme wegen über Krzg. Aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während Krzg. Ich muss Krzg. Bald zurück. Pläne extrahieren. Kerninfrastrukturteile erhalten. Fünf Gegenstände gelernt. Okay. Eine Holzwand. Baue Basen als Schutz vor rauen Umgebungen. Erweitere deine Basis, indem du dir neue Konstruktionsbaupläne verdienst. Kehren deine Basis zurück, um dort Gegenstände zu lagern und zu verarbeiten. Genau das ist ja mein Ziel, dass ich dann auch endlich mal ein paar Sachen hier lagern kann. Das wäre echt super. Also, ich baue als erstes eine Holzbodenplatte. Da sind wir schon. Holzbodenplatte. Dafür brauche ich Kohlenstoff. So, so. Möchte ich das? Das ist irgendwie nicht so besonders das Eben hier, ne? Kann man die nach oben drehen? Oh, ich kann verschiedene Farben nutzen. Das ist ja auch nice. Gelb und weiß, finde ich ganz nice. Das reimt sich. Was mir jetzt irgendwie nicht gefällt, ist, dass das so so in den Boden rein ragt. Das gefällt mir nicht. Aber gut, ich werde hier mal so ansetzen. Das muss jetzt keine riesige Base sein, ne? Oder sollte ich lieber hier ansetzen? Nee, das ist ja auch so komisch. Hier so. Hier so. So. Das ist aber nicht weiß. Das ist ja auch so komisch. Ich glaube, das reicht erst mal. Dann brauchen wir einen Holztürrahmen. Oh Gott. Hallo. Hallo? Oh. Der hat mich nicht reingelassen. Wow, okay. Ja, krasser Sturm. Ich muss zum Basiscomputer. Ja, das ist schlecht. 103 Grad außen. Das ist unerwartet. Das ist unerwartet. Hier ein paar Sachen hochladen. Zack, 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 zack. Wir brauchen ja einen Anithaufen, also her damit. Junets brauchen wir auch. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Fauna, glaube ich, bekommen. Nee, habe ich schon alles hochgeladen. Okay. Und noch Flora. Da. Gut. Drei Wegpunkte habe ich. Was geben die denn so? Nicht so besonders viel. Scheint 6 zu geben. Ich gehe mal nochmal hier auf den Planeten, aber da hatte ich keine Wegpunkte. Der war auch echt nicht schön, ne? Dieser, dieser andere Planet. Emoti Beta finde ich ganz nice. Ach so, dann kann ich ja das auch hochladen. So. Alle Systeme hochladen. Okay. So, wie sieht es aus? Sturm ist vorbei. Sehr gut. Okay. Haben wir hier noch ein paar Tierchen? Nein. Nein. Ich gehe mal nochmal kurz zum Wasser, weil Oh, wieso ist da eine eine Dings? Wie kann ich das wieder wegmachen? So kann ich das wieder wegmachen. Okay. Gut. Ich muss hier nochmal rein. Ich muss da schauen, ob da nochmal die Tierchen sind. Aber irgendwie ist das nicht leicht. Ha. Gut. Sei es drum. Ich muss mal kurz zu meinem Basiscomputer. Was ist denn das da hinten? Kleinere Siedlungen. Ach so, da muss ich noch hin, ne? Ja, machen wir noch. So. Lass sehen. Was müssen wir machen? Folgende Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Beginnt Suche. Pläne extrahieren. Neue Gebäudeteil gelernt. Tragbares Bauplanforschungsgerät. Dafür benötige ich magnetisiertes Ferrit und Kohlenstoff Nano-Rohr. Okay. Ähm. Die Raffinerie würde ich, glaube ich, sonst hier auch noch machen. Sch-sch-sch-sch-sch. Bäh. Erschreckt mich nicht so. Ja, danke. Stimmt, da war ja was. Ähm. Mit Z. Die Raffinerie wollte ich hinstellen. Mensch. Die Raffinerie. Das ist der Basiscomputer, ich möchte aber die tragbare Raffinerie hinstellen. Und dann gibt es noch diese Konstruktionsforschungsstation, die ich auch haben möchte. Dafür benötige ich aber Dinge. Was brauche ich dafür? Wo steht denn das? Wo ist jetzt bitte... Hallo? Ich brauche... ...magnetisiertes Ferrit. Dafür muss ich raffineriertes Ferrit hier reinmachen. Reines Ferrit, meine ich. Zack. Dann muss ich hier Kohlenstoff reinmachen. Und dann starten wir mit magnetisiertes Ferrit. 20 Stück. So, und dann brauchen wir noch... ...kohlenstoff-Nanoröhre. Eine. So, dann kann ich jetzt... Was wollt ihr alle hier? Ähm... Kann ich jetzt hier oben... ...die Forschungsstation hinbauen. Okay. So. Interagieren mit E. Analyseeinheit online. Diagnosevorschlag. Der Benutzer sollte geborgene Daten aus vergrabener Technologie bägen. Ja. Ich möchte Sachen erforschen. Oh, ja. Ähm. Ich bin noch nicht wirklich sicher. Achso, ich brauche dann erstmal geborgene Daten, die ich noch nicht habe. Okay. Okay. So, und dann konnte ich noch... ...Strukturen erforschen. Habe ich das nicht gerade? Okay. Gut. Gut. Also, ich muss die verbuddelten Dinger sammeln. Verstehe. Mist. Oh. Das ist unmöglich, die zu scannen. Wahrscheinlich muss ich... Brauche ich ein... Ich brauche einen fortschrittlichen Scanner. Nervig. Ja, cool. Vielleicht muss ich die füttern. Vielleicht kann ich ja, ähm... ...hier noch so eine Kreaturenkugel klar machen. Vielleicht zieht das ja auch die anderen an. Okay, komm mal her, du Kleiner. So, du kriegst jetzt Zoll. Ah. Naja, es hilft aber nicht. Na? Die verschwinden immer, ne? Moment. Hier. Das ist nicht möglich, die Dinge zu erreichen. Oh, wie nervig ist das. Bitte. Ja, da brauche ich wohl einen besseren Scanner, ha? So, ein bisschen Kacke aufsammeln. Ja, ja, kommt mal mit, ihr süßen, komischen Dinger. Na gut. Keine Chance, ha? Keine Chance. Da hinten sind noch ein paar Wissenssteine. Gut, also vergrabene Technologien muss ich finden. Oh, da muss ich mit dem Terran-Manipulator da rein und die Dinger aufsammeln. Okay. Was ich noch muss, ist zu diesem Dings da, zu der kleinen Siedlung. Oh, ist ja schon eine Markierung da. Wie weit ist das weg? Neun Minuten zu Fuß. Ach so, kann ich eigentlich sowas wie eine Kiste bauen? Ich glaube, ich mache erstmal hier die Base fertig. Und dann kann ich auch... Das mache ich als erstes. Das macht mehr Sinn. Ne, Z, ne? Ne, was hat da? Was? Hier, Holz. Da. Da muss ich hin. Und dafür benötige ich eine Tür. Und die machen wir da hin. Zack. Und dann brauchen wir Wände. Kann man auch Fensterwände nehmen? Ich möchte gerne Fensterwände. Okay, dann machen wir hier noch zwei Fenster rein. Hier machen wir das zu. Ich befürchte, dass ich die Fensterwände... ...lernen muss. Und was ich noch lernen muss, ist nach einer halben Stunde Feierabend zu machen. ...kleiner Spoiler! Strukturen erforschen und ich beende jetzt die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!